Willkommen zurück Versuchen das schnell zu besiedeln Könnte das auch nochmal beides In den Wollte ich nicht In den Sektor reintun Da kommt mich schon wieder der nächste Infester Schnell die Flotte rüberschicken Oh nein, unser Konstruktionsschiff wird zerstört Da ist schon wieder eine Flotte eingedrungen Noch ein Kreuzer dazu Und hier hoffen, dass es klappt Sieht aber gut aus Kann ich zurückziehen in die Flotte Gut, nächste Kolonie wird gebaut Dann muss ich wieder in Auftrag geben Dass die sich zurückziehen Noch mal ein paar Kreuzer Die sollen Zum Planeten Gut, da wird repariert Konstruktionsschiff konnte fliehen Kannst du jetzt wieder versuchen Da Bergbaustationen zu bauen Und wir bauen weiter an der Flotte weiter Erst die Kreuzer Erst die Kreuzer Dann noch ein paar Schlachtschiffe dazu Sehr gut Das Forschungsschiff konnte mal einen Auftrag erfüllen Dann kannst du jetzt zurück Und hier die Forschung Unterstützen Da noch mal ein Kreuzer Wie viel haben wir da jetzt schon? Fünf bisher Das ist nicht viel Mit so ein paar Schiffen Brauche ich keinen Angriff starten Bedeutung Ruint Bedeutung Das Gebäude ist verurteilt. Da kommen schon wieder neue Flotten reingeflogen Ich frage mich echt, wo der die herbekommt Eingehende Übertragung, die Bruderschaft Wir haben auch noch mal an technologischen Fortschritten mit Besorgnis beobachtet Wenn wir uns so langsam weitermachen, würden wir nie unser wahres Potenzial entfalten Ein Datencache wollen die uns übermitteln? Sehr gut, danke Welche waren das jetzt? Die? Können wir leider nicht tun Aber sie helfen uns schon mal weiter, das ist super Bedeutet, der Warp-Antrieb ist gleich erforscht So, hier haben wir jetzt schon mal wieder zwei Flotten Die können wir zusammen erforschen Wir fügen zu einer 8000 ist natürlich gar nichts gegen die 100.000er Da haben wir keine Chance Aber wir können jetzt das Physik-Labor erforschen Oder die hier Da bin ich für das Physik-Labor Das bringt uns weiter So, wo müssen wir hier weiter reinsetzen? Da müssen wir noch einen neuen haben Und hier auch gleich Da kommt schon wieder einer reingeflogen Ah, es ist eine kleinere, eine 31.000er Die werden zumindest nicht mehr größer So, 15 Kreuzer Das ist nicht viel Wir waren nur gestorben Können uns leider Ah, gerade so Ne, können wir uns momentan nicht leisten Gibt es hier eigentlich noch Planeten Die wir... Ne, es ist nur ein Klasse-M-Stern Da kann man auch nix terraformen Hier Ne, da fährt uns der Modifikator zu Das wird nix Aber Hier kann man einen neuen Kreuzer in Auftrag geben So, da hat auch wieder was abgeschlossen Wunderbar Bis es wieder zerstört wird Oh, da zerstört jetzt auch noch alles Eigentlich müssten diese Festungen viel stärker sein Wenn die irgendeine Chance haben sollen Gegen solche Flotten Die sind viel zu schwach Puh Ja, weiß nicht, was der machen soll Hm Flotte weiter aufbauen Flotte weiter aufbauen Wir können halt nochmal versuchen, seine Stationen hier zu zerstören Ah, da brauche ich aber auch ordentlich Firepower Um das zu schaffen Meine Hoffnung ist immer noch auf unserem Megabauwesen hier Dauert aber noch ewig Dauert aber noch ewig Die brauchen ja gar nicht mehr so viel Ich weiß nicht mehr, wo es war Wo war ich denn gerade? Hier habe ich umgebaut Könnte ich zwei ersetzen Jetzt vielleicht auf Torell nochmal ein paar Schlachtschiffe bauen Einmal so eins Kann ich hier noch was dem Sektor spenden? Ne Der Speicher ist auch voll Das geht nicht Aber hier können wir nochmal einen neuen Kreuzer bauen Da nochmal ausbauen Building ruined Ich habe ja auch nicht Wirklich Bau-Netzwerk 3 habe ich nur Schade, dass die Technologie noch nicht kam Was ist das mal aus Bauern 4 oder so? Building ruined Building ruined Building ruined 900 Wie hat er denn den Schungel kaputt gekriegt? Och Mensch Was soll denn das? Building ruined Construction ship lost Da ist ein Schlachtschiff Wollen wir hier nochmal einen Kreuzer Und er versucht da schon wieder einzunehmen Building ruined Building ruined Da bauen wir weiter aus Der schützt seine Flotte da Da komme ich jetzt nicht ran Kann ich nicht angreifen Spaceport lost Situation log updated Wollen wir nochmal abwechseln zu den Schlachtschiffen Construction complete Oh, er hat zurückgezogen Dann greifen wir doch da mal an Sofort angreifen Bevor er da überhaupt draufkommt Bevor er da überhaupt draufkommt Situation log updated Und Flotte wieder zurück Hatte ich die noch irgendwo Ne Versuchen wir es nochmal Schicken die wieder hier hin Und hier da auch Moment Construction complete Oh, der ist fertig Terraforming Da befinden sich noch feindliche Flotten Das sind aber auch vier Wird schwierig da ranzukommen Construction complete Sehr schwierig Da kriegen wir nochmal was dazu War mal ein Schlachtschiff Ja Was? Nein, Mist Mist, 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 Mist Nein Das ist zu teuer War natürlich hier Hier werden Kreuzer geworden Ja War das So, wieder eine Kolonie dazu Dann stecken wir die wieder in den Sektor rein Das macht mein Forschungsschiff Das kann ich da nochmal hinschicken Spezialprojekt untersuchen Wer will das jetzt erobern? Oh, Mist Kommen wir nicht ran Wenn die vier flotten Kommen wir nicht vorbei Die sind dann doch ein bisschen zu stark Da bräuchte ich Hilfe von denen hier unten Die Feldproduktion Nahrung wurde abgeschlossen Dann könnte ich jetzt hier nochmal Hydro-Farm Da schickt er noch mehr ein Fester los 91 Monate Da muss ich jetzt eigentlich auch anfangen zu sparen für Mineralien Damit ich da die umbauen kann Wie viel Speicher habe ich da? 19.000 20 brauche ich Muss hier irgendwo noch einen Speicher bauen Waschung unterstützen Den konnte ich noch nicht terraformen Genau Ja, hier reicht das ja gar nicht Wenn ich Selbst wenn ich alles spare Kann ich das hier nicht machen? Weil ich da 20.000 für brauche Hm Machen wir uns die Oberfläche nochmal an Hier eine Fünfer Die könnten wir ersetzen Mit einem Silo Dann klappt das nämlich Dann könnte man das machen Die Kolonie ist wieder da Die Flotten kann man zusammenfügen Ist noch viel zu klein Wir bräuchten jetzt mal wieder eine 820er Flotte Dann könnte man mal einen Krieg ziehen Ja, bis ich die zusammengespart habe Hm Da geht seine Zeit Hostile Fleet Detected Konstruktion complete Da ist er auch schon mit 2 in den Strattal Wie sieht das eigentlich aus mit denen? Konstruktion complete 1.900 haben wir ausgelöscht Konstruktion complete Konstruktion complete Ja Das hat Schaden von 93 Das nur einen von 73 Brauchen wir davon noch eins Jetzt können wir auch speichern Gut Gut, gut Das hilft weiter Dann können wir jetzt ja endlich Wenn die Forschung abgeschlossen ist Auf diese Dinger hier bauen Die Ringwelten Vielleicht bringen die Eine Wende Im Kampf Gegen diese Feindlichen Schwarm Ich weiß nicht, ob die die Ringwelten dann übernehmen können Wahrscheinlich schon Bin ich sehr gespannt drauf Ich weiß nicht, ob die Verzehrung ist Das war's Ich weiß nicht, ob die Verzehrung ist Vielen Dank.